Willkommen zurück zu The Walking Dead 2. Ja, es geht wieder weiter hier auf meinem Kanal. Und wir haben ja schon wieder einiges mitmachen müssen im letzten Part. Wir sind ja nach wie vor in Carvas Lager zur Zwangsarbeit abkommandiert. Und mussten ja jetzt zuletzt noch so ein paar Arbeiten erledigen. Wir mussten Magazine füllen, wir mussten solche Sträucher irgendwie zuschneiden. Doch das ist leider nicht wirklich gut ausgegangen, denn dieser, ja ich weiß jetzt seinen Namen leider nicht mehr. Der Freund da mit dem einen Arm, der wurde von Carver getötet. Liegt vielleicht auch an uns, ich weiß es nicht. Weil wir Sarah nicht geholfen haben. Naja, es ärgert mich immer noch, aber... Naja, ich bin immer noch der Meinung gewesen, dass, ähm, ja, dass sie anders nie, ja, mal den Mut packt und über so etwas hinweg sieht. Dass sie einfach mal selber aus ihrem Schlaf erwacht, sag ich einfach mal. Tja, hätte man es verhindern können, ich weiß es nicht. Was soll's, wir leben jetzt damit und machen weiter. Oh, hey, so, they want you to run some supplies out to the guys working at the expansion? Real simple, just take this over to them. That jacket looks real nice. I don't know what Tavia's talking about. What's wrong? Clem? You alright? Reggie. Reggie's dead. What? What are you talking about? Carver killed him. He pushed him off the roof. Maybe... Maybe it was just an accident. Ne. Das ist kein Unfall. Listen, take this stuff out to those guys and come straight back. Just be safe, okay? Now ain't the time to be calling attention to yourself. I need to go find out what happened. Hey, Troy, Clem's just gonna take them boys some nails. Alright. Go on. Hey! That ain't your concern. Get that stuff over to them boys. Just follow them cables. I ain't nobody's laborer. Fuck that. Let them do this shit themselves if it's so god damn important. Get your fucking hands off me, man. You ain't gonna force me to do this bullshit. I said get your hands off me. Or what? You gonna go tail on me? I'm trying to help you, asshole. Yeah, this is a real help. Why don't you just worry about yourself? Kenny, calm down. I want to, Clem. But this son of a bitch keeps testing me. I just want to get the work done and... Uh-oh. Shit! Fuck! Grab something! No, no, no. Oh, cool. Das musste ja auch noch dazu kommen. Jetzt müssen wir uns auch noch gegen die Streuner wehren. Ähm, ja, und... Wir kloppen fleißig... Dra... Ra... Raauf. Komm. Verstecken oder... Nichts! Ähm... Halt der Augen... Äh, halten oder drücken? Nee, ich muss es halten. Na komm dann, schnell. Jetzt was du hier wegkommst. Ähm, was muss ich jetzt? Äh, ich muss Q drücken. Und ziehen wir zu, dass wir hier wegkommen. Boah, das war knapp. Na verdammt, jetzt sind sie ja überall. Und ich würde sagen, schnapp dir den Hammer. Ich hoffe, das ist nicht so schwer für dich. Na ja. Ja, ziehen wir zu, dass wir hier wegkommen. Ich frage mich, was mit Kenny ist. Ähm, 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 ähm. Äh. Ich muss hier weg. Oh nein. Oh nein. Äh. Äh. Es gibt Verdammt. Äh, ich schaff's nicht. Nee, keine Chance. Äh. Das geht nicht. Oh. Oh Gott. Äh. Äh. Ah. Oh. Oh. Naja, das lief ja nicht so toll. Oh man, das war ja richtig böse. Und ich habe wie behämmert Kuh gedrückt und es hat nicht mal was gebracht. Naja, es sollte so sein. Naja, jetzt sehen wir uns mal um. Die Frage ist, darf ich das überhaupt oder wäre ich gleich von irgendjemand anderem erschossen? Anscheinend nicht, aber hier draußen ist alles voll mit den Streunern. Ja, und Kenny mal wieder ist natürlich immer noch derselbe Rebell. Aber ich fürchte, dass... Äh... Ah, ah, stop! Hey, es ist mir! Luke! Ja! Man, putt die hell aus aus mir! Ich denke, du hast du blöd. Ich bin immer hierher, das ist der Willkommen. Ich bin froh, zu sehen dich. Ich war froh, dass wir alle waren. Na, es ist gut, zu sehen dich auch, Kind. All right, listen, wir haben nicht viel Zeit. Okay, ich habe euch hier best ich hier. Ich habe euch hier eine Nachts-Rest, seit ihr alle kamen. Und das ist die erste Chance, dass ich mit jemandem gesprochen habe. Sie sind überall, okay? Sie haben die Regierungen, die alle schauen. Shh, shh. Ja, ich bin froh, zu sehen, dass ich hier nicht gesehen habe. Ja, ich habe Leute gesprochen, aber das ist nicht so. Okay, es wird hierher, ich weiß, es ist. Ich weiß nicht, wann, aber es wird kommen, und es wird bald. Ich bin froh, zu sehen, dass ich dich frei habe, aber ich habe noch nicht gefunden. Wenn du denkst, die Herd wird hier? Ich weiß nicht. Es ist schwer, wirklich, aber ich denke, es wird das Ort überwürfen, wenn es wird. See, Carver? Oh, er hat nichts mit dem, wie das, bevor. Es scheint gefährlich. Well, die ganze Situation ist gefährlich, aber... Well, wir sind jetzt. Das ist das, was wir haben. Wir haben einfach... Wir brauchen ein Plan. Wir haben eine Art, die du und alle. Luke! Oh, sorry, sorry, shit. Okay, Troy, ich bin froh, ich bin froh. Listen, Clem, ich muss mich hier morgen, um diese Zeit, weil ich muss mich auf diese Radios, okay? Du denkst, dass du das kannst? Just eine von diesen Walkie-Talkies? Ich muss nur sagen, dass ihr euch alle, was mit den Garten passiert ist. Ich will, ich weiß, die Regale, die Patronien sind auf. Ich meine, sie sind alle über den Ort, aber ich kann mich auf sie für euch von hierher. Ich muss nicht rauskommen, dass wir hier rauskommen sind, also wir müssen uns beachten. Wir müssen einfach sein, okay? Wir müssen ein Plan machen. Ich muss sicher, dass ich es nicht so kann. Ich glaube, dass sie wirklich ernsthaft sind. Well, du musst versuchen, Clem, okay? Es ist wirklich wichtig, dass ich einen von diesen. Remember? Du möchtest mich hier morgen. Ich versuche, dass ich hier bei diesem Zeitpunkt hier sein kann, aber wenn ich nicht, dann warten wir so lange, wie du kannst, weil ich wirklich eine von diesen Radios. Und einfach, dass alle wissen, dass ich okay bin, okay? Ich bin froh, dass... Clemitaus, rauskommt, wo ich dich sehen! Wenn ich sage, ich nehme kein Funkgerät, dann muss ich es trotzdem machen. Was machst du denn? Huh? Wie viele Comics? Es ist eine ganze Stimme voll von ihnen. Ja? Oh, Scheiße. Du solltest nicht dotteln, Frau. Puh, etwas wie das wieder und du wirst in der Back of my Hand. Bill Radio. Ich möchte ein Wort mit dir in seinem Büro. Also komm da hin, jetzt! Ach, das noch. Dude, you better go up and see Bill. He doesn't like to wait. Sooo, you should probably go. Wir machen schon, wir machen schon. Wir haben jetzt schon einige Charaktere gesehen aus diesem Zusatz dieses 400 Days. Rebecca! Sie ist eine starker Frau, die sich verabschiedet hat. Sie ist eine starker Frau, die sich verabschiedet hat. Ich kann mich nicht verabschieden, wenn du da bist. Geh in hier. Jetzt kann man das nicht glauben, nach dem, was früher passiert ist, aber ich mag Reggie. Er war ein lustiger Mann. Er hat Dinge leicht gehalten. Man braucht Leute wie das. Es ist leicht, dass die Depression in den Zeiten wie das. Aber er war schwach. Und ich meine nicht nur, weil er gemeint war. Das war nicht sein Problem. Er war schwach von Willen. Und schwach von Charakter. Und wir können das hier nicht mehr haben. Nicht mehr. Nicht mehr. Nicht mit dem, was wir am Ende haben. Er hat nicht das verdient. Selbst wenn er verletzt hat, er hat nicht verdient zu sterben. Oh, er hat natürlich verdient. Ihr wisst, Reggie hat uns zu risk mit seiner Incompetenz. Er hat eine Reihe von Schrauben. Verletzten einen, um zu retten, zu retten, ist eine Rolle von Survivalen. Es ist eine der schwersten Entscheidungen, die eine schwachste Person nicht machen können. Es ist warum es bei Menschen wie wir, um sie zu retten. Verletzten Sie? Ich wünsche mir, dass es anders wäre. Aber sie sind weich und wir sind stark. Deswegen ist es unsere Aufgabe, die Schrauben zu schrauben. Um sie sicher zu halten. Es ist eine große Herausforderung. Ich weiß. Nein. Ich muss alles für sie machen. Es ist hart. Natürlich ist es. Aber das ist die Rolle, die du spielst. Und wir sind mehr als du denkst. Es gibt keine Chance, dass du so lange dauern könntest. Ich wusste, dass du in der Kabin, dass du Angst hast. Aber du sahst mich direkt in den Augen. Du hast deine Nerven. Das ist das, was wir brauchen. Wenn wir das durchgehen. Die nächste Generation muss stärker sein als die letzte, um uns rauszukommen. Kinder wie du. Die richtige Weg. Wie mein Kind wird gegründet. Es ist nicht diese Horde, die mich auf der Nacht hält. Wir können das behandeln. Es ist nicht bekannt. Wenn ich jemanden die alles zu behandeln habe. Aber ich bin nicht mehr über das. Ich werde dir helfen. Whatever du brauchst. Ich weiß, dass ich nur ein Kind bin, aber ich werde mein Bestes machen. Das ist alles, was ich zu fragen. Okay, jetzt. Bill, bist du da? Ja, ich bin hier. Der Begebruch ist gegründet. Ich versuche es wirklich nicht aus. Wie schlecht ist es? Der Begebruch wird gegründet, sodass es sich nicht auszuhalten. Ich glaube nicht, dass es eine Überraschung ist, aber es ist etwas, und Stan sollte einen Blick sehen, was er kann. Ich werde ihn auf. Aus. Dieser verdammt Idiot. Hör auf den Weg. Und er legt ein verdammtes Ding in meine Tür. Gehen wir zurück ins Bett. Es ist fast Mittag. Du bist hier. Wir wissen, was ist ein Einzigeres Bedeutung ist. Wir wissen, was das heute Abend ist. Ich weiß, was ein Kind wird machen. Ich weiß, was dieser Mann ist jetzt wieder zu machen. Also wollen wir ihn mit dem Essen hervorheben, für ein Hecht von Walkers zu kommen. Wie ist das besser? Denn dieses Ort wird wirklich auf den Chaos, wenn diese Sache befinden. Keiner wird uns nicht zu kassieren. Und das ist das, wenn wir gehen. Das ist unsere Öbnis. Wir müssen uns einfach herausfinden. Wir müssen einfach herausfinden, um ihn zu uns zu machen. Ihr Freund hier möchte uns gegründet, um die Lurkern zu machen, bevor Bill kann es das tun. Um... We can tell us what's going on with the guards. We can use that to pick a good time to escape. That seems reasonable. Who knows when that'll be? There was a girl back at Crawford that used church bells to send walkers all over the city. We just need something really loud. The PA system Carver is always using is quite loud. There's some speakers outside the building, pointed toward the parking lot. I saw them when we were walking out to the work. Troy's always standing next to one of them. There are a few along the roof. I saw the controls. They're in Carver's office. She's right. It's all controlled in Bill's office. There's a switch in there that'll turn them on. How do you know that? I used to make a lot of the announcements back in the day. I had it flipped on once. Luckily, there wasn't much around at the time to hear it. It was plenty loud, though. That's perfect. We just gotta get into his office. Why didn't you say something sooner? Cause it doesn't change anything. This isn't a discussion about how to do it. It's a discussion about whether it's stupid. And it's still stupid. The sensible thing is to get Luke the radio and wait for an opening. You're real difficult to deal with sometimes. No. That's alright. You have no shape to help us. You want to put a plate in that guy's hands, it's not a problem. I don't know. They look pretty rough. I don't know. You guys should take a little bit of a room in time. You just need to be mutually exclusive. Get Luke the radio is helpful, whatever we end up doing. It doesn't hurt to have more information. You know what? Fine. I can get behind that. Okay. So we get that turd radio. He keeps us posted on the herds movement. We fire up the PA thing and bring the walkers to roll over this place. And then what? Get some guns and shoot our way out. I don't know. Whatever we can. We improvise. Then that's not a plan. You don't plan to improvise. I figured out what your problem is. You don't think this stuff through. If the end of the plan is just to stroll through a herd of walkers, then you should know from the jump there's no way it's ever going to work. Actually, I do it all the time. First words I ever hear you say and it's just some crazy stupid shit. Hush. What do you mean exactly? When you cover yourself and their smell, rub the walker guts all over you. They can't tell you from one of them. Now I don't know who's crazier. Trust me. I've walked through herds before. It works. You just have to keep calm and make sure you're good and covered. You seem to know what you're talking about. I've done it too. What? It's how we got out of the marsh house. Lee covered me and we walked right through. Really? Holy shit. Oh, good one, Lee. Alright. What are we waiting for? Let's get that stupid radio. We still have to find a way to get in the stock room. I got a plan for that too. Come on kid. Gonna need your help. We just need to use the wind, she can just climb up from there. Then just drop into one of the skylights over the stock room. There are shelves and stuff for you to land on, so you probably won't fall to your death. Great. That thing breaks all the time. Unless something's changed, it won't support much weight. Come on. Up and at them. Don't push her, Kenny. She's our best bet. Ah, yeah. Was soll's. I guess. That's my girl. We got to get that rope down. You want to boost her up? Come on kid. Good. Don't let go. I got you. I want to get it. I want to connect it in the cashew əməσύ əmə əmələ əməl. Also, SJÜNGHƏ əməl. Də Əməl. I touch the world and love you. I can't have it. Maybe you would be the most, you would be the most, you would be the most. Wokkih-toki. And what I think is the guys, that's the things I'll lose. I think the people that we'll be the most. And I think it has to be the most, you'd be the most, you'd be the most. I'm not the most. Ah, ja, okay. Ähm... Ich glaube nicht, dass sie die scharfeste Gäste in der Welt sind, aber es sind keine Idioten. Ich gehe jetzt schon davon aus, dass ich zuleite. Die Leiter, die Leiter, die Leiter, die Leiter. Autsch. Ach, du liebe Zeit. Ja, habt ihr das gesehen? Da ist alles voll mit ihnen. Aber wir sind auf dem Doch. Ich glaube nicht, dass ich mich überrascht habe, wenn ich mich überrascht habe. Ähm, ja... Ne, Moment. Warum Ausgangstür benutzen? Ich wollte mich eigentlich hinter dem Fass verstecken. Egal, ich will erst mal in Deckung. Wir können in die Gewächshaustür rein. Was, über wie viele es gibt? Wir können... ... zur Ausgangstür. Wir können durch das Dachfenster. Wo wir eigentlich rein sollen. Äh, ja, wie wäre es, wenn wir mal in das Gewächshaus gehen? Natürlich wäre es. Wir haben das gleiche Sache gemacht. Aber es sieht ziemlich verschlossen aus. Ne, kann man vergessen. Okay, dann schnell weiter. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist mit dem Dachfenster. Also es sieht abgeschlossen aus. Wenn wir uns hier, keine Ahnung, die Scheibe einschlagen oder so, kriegt der das ganz klar mit. Also würde ich gleich mal zur Ausgangstür tendieren. Aber abgeschlossen, okay. Tja, dann geht hier auch nichts. Mal abwarten, vielleicht geht er ja. Doch, ich weiß auch nicht. Hier habe ich eigentlich ein ungutes Gefühl. Na ja, gucken wir es uns erst mal an. Ah, es ist aber das Fenster zu seinem Büro. Hm, okay. Äh, ja und nun? Wieder zurück, oder? Ich weiß gerade nicht. Denn hier kommen wir nirgends irgendwie rein. Da ist ja auch nichts. Und oben steht immer noch die Wache, die glücklichweise immer noch in die gleiche Richtung guckt. Tja, sollen wir wieder zurück? Es scheint wohl so. Sonst kann ich hier nämlich nichts mehr entdecken. Und hier weit, hier rüber will sie auch nicht, oder? Doch. Hier können wir noch weiter gehen. Und gucken wir uns mal vorsichtig um. Aber momentan sehe ich jetzt noch keine Gefahr für uns. Da ist noch ein Dachfenster. Wir sollten wohl mal gucken, ob wir irgendein offenes finden. Gut, hier ist wohl anscheinend niemand. Äh, ja, wir gucken mal rein. Was es da unten denn zu sehen gibt. Ähm, was war das? Keine Ahnung. Ich konnte jetzt nicht erkennen, was da unten ist, aber... Auf den ersten Blick nichts, äh, wichtiges. Gut, ja, hier haben sie ihre Solaranlagen. Also sie sind hier wirklich gut ausgerüstet, muss man ja sagen. Doch, naja. Trotz allem ist das hier schon eine sehr gefährliche Gruppe. Obwohl er ja irgendwo recht hat. Man muss es ihn lassen. In so einer Zeit, äh... Ja, da muss man eigentlich ein bisschen... ...bisschen in den Arsch sein und... Und, ja. Da kann man mit schwachen Leuten eigentlich nichts anfangen. Aber sie töten, das ist natürlich ganz klar... ...sehr gemein. Was wirklich nichts sein muss. Ach, wir haben... Ah, ja. Du denkst Bill? Geh auf. Ähm. Ich dachte, ob du vielleicht Bill glaubst. Spinn es raus, Hank. Ich kann ihn zurück und lass ihn zurück. Hm. Du nicht? Nein? Du? Ich weiß nicht. So, Rude. Keine Ahnung. Du denkst, wir sind bereit? Ich denke so. Die Homestead, zumindest. Oh, Mann. Äh... Bill will starten, um diese Bay-Door zu verabschieden. Äh, wir warten. Was ist mit dem wiederum? Troy hat es wieder zurück. Nein, wir warten. Schau, es ist schwierig, nicht zu verabschieden. Was sollen wir uns trauen? Äh, los. Komm, beall dich. Äh, die guckt doch. Wir brauchen mehr Platz, um mehr Platz zu verabschieden. Okay, ganz cool. Okay, sie dreht sich wieder zu uns. Oh nein. Nein, 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 nein. Shit, hä. Aber sie geht. Schnapp, schnapp dir das. Nein, das heißt, ihr ist, ach, komm schon. Oh je, die merkt das doch. Ich könnte... Ach, Vince, komm mal. Don't give me that. If Bill smells a whiff of smoke back here, he'll flip. What are you thinking? You know what? I'm just gonna tell him. I'm not letting someone else get blamed for this. That's bullshit. Vince, Vince, komm mal. Vince! Na, das ging ja noch mal gut. Aber ich fürchte, dass sie es merken könnten. Ja, und wieder zurück. Psst. Du kriegst ihn? Okay, schau runter. Ich hab dich. Das hoff ich für dich. Na los. Wir sind besser in den Bett. Troy wird immer wieder zurück. Will? Ich hab ihn. Everybody, bleib wo du bist. Keine Chance, eine Suspension. Das war so cool. Danke, Clem. Ich hab dir gesagt, du wirst wahrscheinlich nicht sterben. Nice job. Danke. Ja. Anyway, get some rest. Ja, den Schlaf haben wir uns verdient. Ich hab dich heute Abend. About his dumb little face. First things that come to mind are always the dumb things he was doing. Kid was always running in circles. Every damn place he went, he'd just run. He couldn't stop him. Makes it harder to remember he was a good boy. Well, long day tomorrow. One long day. Alright, we're all here. Someone's got to get the radio out to Luke. What's the problem? Das Problem ist, dass wir hier den Part beenden werden. Denn, ja, ich werde hier ein kleines bisschen früher aufhören. Und, ja, mal gucken, wie's weitergeht. Wir haben jetzt zwei Walkie Talkies geklaut. Aber wie ich schon ein paar Minuten meinte, ich habe trotzdem das Gefühl, dass die das irgendwie rauskriegen und wir dann ziemlich, ziemlich in Ärger bekommen. Tja, man kann sie auch nicht von ihrem Plan abhalten, dass diese Streuner irgendwie über die Lautsprechanlage anzulocken oder mit den Walkie Talkies mitzuhören. Aber andererseits muss man vielleicht etwas unternehmen, denn dann ist natürlich die Frage, was was würde es uns bringen, hier auszuharren? Und, ja, ich weiß noch nicht, wie's weitergeht. Ein neuer Morgen ist angebrochen. und, ja, ging ja nochmal alles ganz gut. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht und ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Part, wenn's weitergeht, bei The Walking Dead 2. Bye. 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 Bye.